Gute und herzlich willkommen zu einem neuen OneFootball Q&A. Ist es das erste Q&A im neuen Jahr im Jahr 2022 ist gut möglich. Wenn es dazwischen noch eins gab, habe ich es zumindest nicht mitbekommen. Bevor wir reinsteigen in die Fragen. Volle Transparenz, ihr werdet jetzt in den kommenden 20 bis 30 Minuten der vermeintlichen Expertise eines Mannes zuhören, der gerade, ihr könnt es nicht sehen, Fanschals um seine Füße gewickelt hat als Sockenersatz. Ich habe auf Moment am linken Fuß einen Deutschlandschal und am rechten Fuß einen Estlandschal, den ich so wie ein Verband drum gewickelt habe und dann miteinander verbunden, dass es hält. Ich bin begeistert über die Expertise, aber es sieht auch sehr, sehr entwürdigend aus und der Grund dafür ist, dass ich mal wieder mit dem Fahrrad hingefahren bin, es trocken war, als ich losgefahren bin, aber nicht trocken geblieben ist. Und Vans, Sneakers und Nässe oder Regen im Allgemeinen ist keine gute Kombination. Das heißt, nasse Füße, nasse Socken. Und jetzt sitze ich hier und moderiere den Kram hier mit Fanschals an die Füße gebunden. Aber soviel dazu. Ich hoffe, ihr hattet alle frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und der ganze Blablabla-Kram. Wenn ihr Vorsätze habt, zu dem Thema kommen wir später auch nochmal, dann hoffe ich, dass ihr durchzieht. Ich bin der Meinung, Vorsätze sind eine sehr, sehr gute Sache, aus denen man viel Nützliches ziehen kann. Viel Nützliches habe ich auch aus euren Fragen gezogen. Und wir starten direkt rein mit der Frage von Benay. B-E-N-N-E-Y. Gude Niklas, frohes Neues, frohes Neues zurück. Wie bewertest du es, wenn Spieler in Interviews öffentlich ihre derzeitige Rolle in der Mannschaft kritisieren? Ein generelles No-Go oder manchmal die Ultima Ratio, um sich Gehör in der Mannschaft zu verschaffen? Erste Zwischenfrage. Bist du mein alter Geschichtslehrer, Herr Stein? Weil der hat auch immer von der Ultima Ratio gesprochen, also von dem letztmöglichen Mittel. Der hat immer darüber gesprochen, dass der Krieg immer nur Ultima Ratio sein sollte. Und die Frage ist ja im Prinzip, sag mir, dass du von Romelu Lukaku sprichst, ohne den Namen Romelu Lukaku zu erwähnen. Um den wird es ja hier im Kern gehen. Und um dessen unautorisiertes Interview, was ja relativ hohe Wellen geschlagen hat. Grundsätzlich bin ich eher Team No-Go. Das gehört sich nicht. Und das sind alles erwachsene Leute. Die meisten von denen zumindest. Und Romelu Lukaku ist es auf jeden Fall. Und wenn er ein Problem hat mit seiner Rolle in der Mannschaft oder mit der Art und Weise, wie er eingesetzt wird, dann ist für mich immer noch der allererste Weg und auch der zweite Weg und der dritte Weg, zum Trainer zu gehen, mit dem Trainer aktiv zu kommunizieren. Wenn man das Gefühl hat, ich komme beim Trainer nicht weiter, wir kommen nicht auf einen grünen Zweig. Vielleicht vereinsintern auf eine nächsthöhere Ebene zu gehen. Sportdirektor, Präsident, Vorstand, was auch immer. Das sind alles Wege, die man gehen kann, intern, bevor man an die Öffentlichkeit tritt. Und ich würde hier in diesem Sonderfall nochmal klarer unterstreichen, dass ich das als No-Go sehe. Lukaku ist erst im Sommer zum FC Chelsea zurückgewechselt. Für viel, viel Geld, viel Bohai. Nach dem Motto, hier, ich habe hier noch anfinished Business und möchte hier noch was zu Ende bringen bei dem Verein, bei dem meine Karriere eigentlich erstmal so richtig gestartet ist. Und wenn man jetzt sieht, wie er jetzt schon über Chelsea spricht und vor allem wie er über Inter spricht, dann fragt man sich erstmal überhaupt, warum hast du Inter eigentlich verlassen? Und warum spielst du jetzt überhaupt wieder beim FC Chelsea? Das sind Fragen, die sich mehr aufdrängen. Und ich finde, Lukaku hat am Anfang ein paar Tore gemacht, aber er ist nicht in so einer Form oder in so einer Verfassung, dass ich sagen würde, er ist über jeden Zweifel erhaben und es ist komplett abwegig, warum Thomas Tuchel nicht auf ihn setzt. Und deswegen finde ich es, ich finde den Zeitpunkt, ich finde die Art und Weise gehören für mich in die Kategorie No-Go. Es kann vereinzelte Fälle geben, wo genau das trotzdem vielleicht richtig und möglich ist, zu sagen, okay, ich nutze die Presse als Hebel, weil mir keine andere Option mehr bleibt. Aber an dem Punkt sehe ich persönlich Romelu Lukaku noch lange nicht und deswegen in dem Fall für mich klares No-Go. Pfenster-Rahmen. Okay, Fenster-Rahmen. Fenster-Rahmen möchte wissen, wie, also der hat das wirklich so geschrieben, das habe ich mir nicht ausgedacht, P-F-E-N und dann Stär-Rahmen. Wie findest du momentan die Entwicklung vom FC Arsenal? Sie haben die jüngste Mannschaft der Premier League und spielen aktuell wieder attraktiven und erfolgreichen Fußball. Das Spiel King City war meiner Meinung nach eine ihrer besten spielerischen Leistungen. Wenn man mal vom Ergebnis absieht, viele Grüße und ein frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch. Und der Shoutout an den FC Arsenal ist, glaube ich, eh längst überfällig. Die haben sich so ein bisschen im Schatten, vor allem auch, weil ich glaube, man hat sich so daran gewöhnt, dass Arsenal mies ist, dass es eine ganze Weile gebraucht hat, dass es so eine Art Latenz gibt, bis den Leuten aufgefallen ist. Im Moment, Arsenal ist gerade gar nicht schlecht, sogar eigentlich das genaue Gegenteil. Da waren wir mittlerweile ziemlich, ziemlich gut unterwegs und das ist definitiv aktuell der Fall. Arsenal ist, glaube ich, auch nach, bis zum Spiel King City auf jeden Fall, nach City, die formstärkste Mannschaft in der Premier League gewesen, was die letzten zehn Spiele anging. Und macht einfach aktuell sehr, sehr vieles richtig. Und man muss auch rückwirkend so ein bisschen mehr Kulpa sagen in Richtung Vereinsführung und in Richtung Mikkel Ateta, weil ich glaube, es gab mehrere Augenblicke, wo jeder Außenstehende gesagt hat, wie kann man an dem Trainer noch festhalten. Der Fußball ist bieder, der ist erfolglos, der ist leblos. Gegen die Top-Mannschaften gibt es regelmäßig derbst auf die Mütze. Und Arsenal hat durchgezogen, Ateta ist jetzt, glaube ich, erst Dezember 2019 ins Amt gekommen, ist seit über zwei Jahren da und mittlerweile ist es eine gefestigte Mannschaft, die sich gefunden hat. Hat auch in der Phase kürzlich, glaube ich, letztens mal viermal in Folge dieselbe Startelf aufgeboten. Also da findet sich ein richtiges Gerüst zusammen. Und was ja noch viel, viel schöner ist, dieses Gerüst besteht grundsätzlich aus vielen jungen Spielern. Auch da noch mal ein Verweis. Viele haben im Sommer darüber gelacht, dass Arsenal dieselbe Summe für Ben White bezahlt hat, wie Manchester United für Raphael Varane, abgesehen davon, dass Varane im Gehaltsbereich viel, viel teurer sein wird. Und wenn man jetzt die bisher gespielte Saison als Maßstab nimmt, ist das Invest Ben White deutlich gelungener als das Invest Raphael Varane. Aber neben solchen Leuten, Emil Smithrow, Martinelli, Bukayo Saka, vor allem Smithrow und Bukayo Saka, sind ja einfach legit Arsenal-Jungs. Das sind richtige Arsenal-Jungs, die aus der eigenen Jugend kommen und die sich durchgesetzt haben, jetzt riesige Talente sind oder langsam eher dabei sind, sogar dem Talentstatus zu entwachsen. Also ich glaube, Saka´s Marktwert liegt mittlerweile auch schon bei 60 Millionen Euro. Und erfolgreich zu sein mit einer jungen Mannschaft und mit einer jungen Mannschaft, die dann an ganz wesentlichen Positionen noch von eigenen Jugendspielern getragen wird, viel besseres kann man sich nicht wünschen. Zur Wahrheit gehört auch, dass Tottenham, wenn sie ihre Nachholspiele gewinnen oder eins davon, erstmal an Arsenal vorbeigeht. Aber ich finde, Arsenal ist in der aktuellen Verfassung für den Rest der Saison ein absolut legitimer Top-4-Shout nach Chelsea, City und Liverpool. Definitiv ein Kandidat für diesen Platz. Und kann man nur, kann man echt nur gratulieren. Und so sehr ich den Meme-Verein Arsenal genossen habe und das auch lustig fand, ist es eigentlich schade um die Gunners, wenn sie nicht erfolgreich sind. Und ein erfolgreiches Arsenal ist in meinen Augen eigentlich immer ein gutes Zeichen. Weil, wenn Arsenal erfolgreich war, war es meistens auch gepaart mit relativ attraktivem Fußball. Soviel zum FC Arsenal, zu den Gunners. Nächste Frage kommt von klüssd350. In letzter Zeit hört man viel davon, dass Barca möglicherweise mit den richtigen Verkäufen das Geld für Haarland zusammenbekommen könnte. Denkt ihr, es wäre eine gute Entscheidung für Barca in der derzeitigen finanziellen Situation, so einen Deal abzuschließen und wäre der Transfer das Richtige für Haarland? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht so im Detail verfolgt, was beim FC Barcelona passiert ist, das dafür gesorgt hat, dass die von quasi Konkurs und keinerlei Handlungsfähigkeit auf dem Transfermarkt zu Hey, wir verpflichten gerade mal eben Ferran Torres gegangen sind. Also irgendwas muss ja da passiert sein, dass den finanziellen Spielraum dieses Vereins plötzlich wieder schlagartig deutlich vergrößert hat. Und trotz allem, egal was da passiert ist, ich glaube nicht, dass Barcelona plötzlich sagen kann, Hey, wir verkaufen jetzt drei Jungs, was weiß ich, Coutinho, wer auch immer überteuert eingekauft worden ist und noch gefloppt ist und dann nehmen wir damit vielleicht 50, 60, 70, 80 Millionen ein und schwupsi-wups holen wir Erling Haarland. Ich glaube, das wäre eine ganz, ganz schlechte Idee. Ferran Torres ist ein super spannender Kauf, Transfer, auch jemand finde ich, der in einem Oldschool-Barster-System, wie es vielleicht auch Xavi etablieren könnte, also Oldschool-Spielweise auch als Spitze vorne drin spielen könnte, so ein bisschen diese falsche Neunrolle traue ich ihm definitiv zu. Und ich fände es komplett ein Quatsch, da jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen den Erling Haarland verpflichten zu wollen. Abgesehen davon, dass ich gar nicht glaube, dass sie irgendeine realistische Chance haben, Erling Haarland zu verpflichten. Selbst wenn sie die Kohle dafür hätten, um den Transfer zu stemmen, Erling Haarland geht nicht zum FC Barcelona. Allein aus dem Grund, dass Barcelona aller Wahrscheinlichkeit nach, davon gehe ich aus, nächstes Jahr nicht Champions League spielt. Und wenn das passiert, ist das Ding sowieso vom Tisch, kann man eigentlich direkt vergessen. Und deswegen, ich glaube auch für Haarland wäre das auf jeden Fall nicht der richtige Transfer. Also würde ich dringend von abraten, ist glaube ich nicht die Art Transfer, die aus seiner Sicht für seine Karriere aktuell Sinn macht. Weil es auch sportlich nicht mal unbedingt wirklich ein klarer Fortschritt vom BVB ist. Mehr Prestige allemal, aber sonst aus keiner anderen Perspektive macht der Wechsel für mich Sinn. In den letzten Jahren gab es viele Ex-Spieler, die zu Trainern wurden. Lampert und Xavi sind wohl die prominentesten, ohne über die beiden zu urteilen. Welche jetzt noch aktiven Spieler oder Ex-Spieler, die noch keine Trainerlaufbahn begonnen haben, könntest du dir am besten als Trainer vorstellen oder würdest du dir wünschen? Ich habe mir jetzt drei Namen im Vorfeld mal angeschaut oder rausgesucht, die ich mir sehr gut als Trainer vorstellen könnte und in einem Fall auch ein bisschen wünschen würde. Der erste Name ist Makoto Hasebe, der ist ja jetzt 38, ne er ist schon 40 glaube ich sogar. Der ist sogar schon 40 Jahre alt. Ich gehe davon aus, dass es sein letztes Jahr bei Eintracht Frankfurt ist, sein letztes Profi-Jahr. Der einzige Grund und nicht der einzige, aber einer der zentralen Gründe dafür, warum Makoto Hasebe immer noch Bundesliga spielen kann und auf dem Niveau mitspielen kann, ist, weil er einer der intelligentesten Spieler der Bundesliga ist, es kaum jemanden gibt, der ein Spiel so gut lesen kann, der so ein gutes Stellungsspiel hat. Und das sind für mich alles grundlegende wichtige Eigenschaften, die darauf hindeuten, dass der Typ einfach auch ein hervorragendes taktisches Verständnis hat. Und das sind Basics, die du brauchst, um ein guter Trainer zu sein. Und deswegen ist Makoto Hasebe für mich ein heißer Kandidat dafür, ob er jetzt erstmal in Japan anfängt und dahin vielleicht zurückgeht. Ob man ihn in Deutschland sehen wird, das weiß ich nicht. Aber von dem, was er mitbringt, auch von seiner Persönlichkeit, seiner Ausstrahlung her, fände ich Makoto Hasebe einen heißen Kandidat für den Trainerposten. Der nächste Mann ist noch ein bisschen jünger, ist kein Defensivspieler, sondern Offensivspieler. Es ist Lars Stindl, der aktuell bei Borussia Mönchengladbach kickt. Überall, wo er gespielt hat, Führungsfigur und Kapitän geworden ist. Also ich erinnere mich da jetzt zumindest primär an Hannover und dann eben jetzt Borussia Mönchengladbach. Der Typ hat eine ganz natürliche, angenehme Ausstrahlung, aber strahlt auch eine gewisse natürliche Autorität aus als Spieler, die auch, glaube ich, zwingend erforderlich ist oder auch erklärt, warum er sowohl bei Hannover als auch bei Gladbach in diese zentrale Rolle reingerutscht ist. Unheimliches Charisma, sympathischer Kerl. Für mich auch ein spielintelligenter Offensivspieler, der ja auch nicht überragend schnell ist zum Beispiel, aber einfach sich gut auf dem Platz bewegt, ein gutes Gefühl für Räume hat. Und das ist für mich so der Hasebe der Offensive, was das angeht. Und deswegen für mich ein heißer Kandidat, um auch nach seiner Karriere ein erfolgreicher Trainer zu werden. Und der letzte Mann ist ein kleiner Gamble und auch eine kleine Herzensangelegenheit. Der Name, den ich hier stehen habe, ist Niklas Bentner. Wenn man das jetzt hört, denkt man wahrscheinlich erstmal einen Scherz. Aber ich meine das tatsächlich ernst. Niklas Bentner hat selber gesagt, gut, da kann man jetzt selbst entscheiden, was man darauf geben möchte, hat selbst gesagt, nach seiner aktiven Karriere möchte er dem Fußball verbunden bleiben und um das zu tun möchte er eben Trainer werden und befindet sich wohl auch schon in der Trainerausbildung. Also er befindet sich auch in irgendwelchen Gerichtsverfahren, glaube ich, wegen irgendwelchen Sportwagen, die er gefahren hat auf eine Art und Weise, die wohl nicht zugelassen war, ohne mich jetzt dazu weiter aus dem Fenster zu lehnen. Aber der springende Punkt ist, Niklas Bentner wirkt auf viele Leute wie ein kolossaler Vollidiot. Aber ich glaube, genau das ist er nicht. Er ist ein bisschen verrückt, aber er ist, und das ist für mich ganz entscheidend, er ist kein Dummkopf. Das ist er ganz und gar nicht. Und ich glaube, das gepaart damit vielleicht, wenn er irgendwann aufhört ein Kind zu sein mit seinen Paaren 30 jetzt, sondern wirklich erwachsen wird, ist die Tatsache, dass er selber so ein Enfant Terrible war, so ein schwieriger Spieler war, glaube ich, ein guter Zugang, um eventuell auch mit anderen schwierigen Spielern fertig zu werden. Auch derselbe Geschichtslehrer, dem ich am Anfang schon ein Shoutout gegeben habe, der hat immer gesagt, dass die schlechtesten Schüler oder die schwierigsten Schüler später oft die besten Lehrer machen, weil die eben selber genauso waren und einen guten Hebel finden zu den entsprechenden Leuten. Und das würde ich Niklas Bentner auch zutrauen. Das ist wahrscheinlich der, also der Longest Shot, den ich hier gemacht habe, ob der wirklich dann Trainer wird, vor allem auch, weil jeder Verein weiß, der sich Niklas Bentner an die Seitenlinie stellt. Okay, das ist Medientrubel, das ist Aufmerksamkeit. Wenn es nicht läuft, ist es einfach nur konstant Dauerverarsche. Also es ist ein ziemlicher Gamble, aber das sind die drei Jungs, die ich jetzt hier nennen würde. Und nächste Frage, Christoph, 8079. Hallo Niklas, eine Frage zu Kaiserslautern. Immer gerne. Nachdem sie letztes Jahr noch gegen den Abstieg gespielt haben, ist heuer, ganz kurze Frage, kommst du aus dem 19. Jahrhundert? Wenn ja, musst du uns das sagen. Ist heuer vielleicht sogar der Aufstieg möglich? Meiner Meinung nach wäre das etwas zu früh. Andererseits ist die dritte Liga so eng, dass man nächstes Jahr wieder weiter hinten stehen könnte, wenn es nicht läuft, siehe 1860. Deine Meinung würde mich sehr interessieren. Schöne Grüße aus Tirol und ein frohes neues Jahr. Ah, aus Tirol. Gut, Tirol, 19. Jahrhundert, das ist Jacke wie Hose. Ja, zu deiner Frage. Ich glaube, ich kann das ganz kurz halten. Erstens, ich halte den Aufstieg für möglich. Ich halte ihn so sehr für möglich, wie noch nie in der Zeit, in der der FCK dritte Liga gespielt hat. Und da schenken wir ein, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir in der Saison sind, habe ich noch nie den FCK-Aufstieg so sehr für möglich gehalten, wie es jetzt gerade ist. Vor allem auch, weil in den letzten Jahren eigentlich immer Abstiegskampf angesagt war. Von daher ist das jetzt nicht überraschend. Das zweite Ding ist, sowas wie zu früh für den Aufstieg existiert in meinen Augen einfach nicht. Je früher du diese Liga verlässt, desto besser ist es. Es gibt, tut mir leid, da kommen die Haferflocken ein bisschen hoch. Es gibt keinen Grund, nicht aufsteigen zu wollen. Fürth ist jetzt ein super Extrembeispiel, aber der Sprung für Lautern aus der dritten in die zweite ist ja nicht vergleichbar mit dem Sprung, den Fürth jetzt in die Bundesliga gemacht hat. Das würde auch in der Form nicht passieren. Deswegen, ich kann nur sagen, wenn die Möglichkeit besteht, hochzugehen, dann geht bitte, bitte hoch. Das ist das Beste, was ihr für den Verein auch aus finanzieller Perspektive tun könnt. Und zu früh für den Aufstieg ist für mich genauso eine Märchengeschichte wie der wohltuende Abstieg, nachdem man sich neu sortieren kann und dann wieder erstarkt mit klarem Kopf zurückkommt. Die Rechnung ist auch in den aller, aller seltensten Fällen aufgegangen. Und dementsprechend hoffe ich, wenn wir hochgehen, dann doch bitte schnellstmöglich und zwar dieses Jahr. Und das war die Frage von Christoph. Die nächste Frage ist ein Quickfire. Es ist ein Prime Quickfire und es sind ein paar heiße Duelle dabei, wo ich mir jetzt schon Sorgen mache darum, was mir in den Kommentaren blühen könnte. Es gibt drei davon, die für mich so kontrovers sind. Es sind drei, doch so schwierig sind, potenziell Zündstoff haben, dass ich sie kommentieren möchte. Und zwar kurzes Prime Quickfire von SMM05. Puyol vs. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Also deutlich mehr Länderspiele gemacht. Einmal mehr Europameister geworden. Ich glaube eine Champions League mehr gewonnen. Längere Karriere, nachhaltigere Karriere. Puyol ist eine Legende dieses Sports, eine absolute Legende. Und wenn es darum geht, wer der größere Sportsmann ist, als Gesamtpersönlichkeit, dann werde ich jedes Mal Carlos Puyol. Aber wenn es darum geht, um die fußballerische Prime, dann geht bei mir einfach Sergio Ramos höher. Samuel Eto'o vs. Didier Drogba. Samuel Eto'o. Mohamed Salah vs. Thierry Henry. Thierry Henry. Thierry Henry hat in seiner Prime drei Jahre in Folge in der Premier League 40 Torbeteiligungen oder mehr gehabt. Seine beste Saison war glaube ich 0-2-0-3, 24 Tore, 26 Vorlagen, 50 Torbeteiligungen in einer Saison. Das Beste, was Salah hier hatte, und das ist schon freaky genug, waren 46. Henri's Prime war nochmal krasser in meinen Augen. Eden Hazard, Gareth Bale, das ist die dritte, die ich kommentieren werde. Gareth Bale. Ich habe mir ja auch da die Stats nochmal angeguckt, die Statistiken im Vergleich. Gareth Bale hatte zwei absolute Freakjahre bei Real Madrid. In Folge glaube ich sogar. Und die beste Gareth Bale-Saison stellt definitiv, das hat er glaube ich in 23 Spielen 17 Tore und 15 Vorlagen gemacht. Irgendwas vollkommen absurdes in wie gesagt 23 Spielen. Der Prime Gareth Bale ist für mich besser als Prime Eden Hazard. Mariano Diaz vs. Martin Braithwaite, Martin Braithwaite. Peter Cech vs. Jan Oblak, Cech. Toni Groß vs. Luka Modric, Luka Modric. Und abschließend Alisson vs. Ederson, Alisson. Das war's, das kurze Prime Quickfire von SMM05. Und wir gehen weiter zur nächsten Frage, die da kommt von Fabian Schwab. Mit Dortmund, Leipzig, Frankfurt und Leverkusen. Sind jetzt vier deutsche Mannschaften in der Europa League vertreten. Wie schätzt du die Chancen ein, dass eine deutsche Mannschaft dieses Jahr die Europa League gewinnen kann? Viele Grüße. Kennt ihr das, wenn ihr unverhältnismäßig großen Stolz über etwas empfindet, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, wo es keinen Grund dafür gibt stolz zu sein? Bei mir ist es zum Beispiel zu Hause, keine Ahnung, ich putze mir morgens die Zähne und räume nach dem Frühstück die Küche auf. Und dann durchströmt mich schon so ein wohlig-warmes Gefühl von, oh Mensch, heute hast du wirklich was geschafft. Und manchmal geht es mir auch bei Q&As so, wenn ich das Gefühl habe, oh, die Frage hast du aber jetzt echt sauber und schön vorgelesen. So wie früher im Deutschunterricht. Und das war gerade auf jeden Fall der Fall. Ich finde, das ist mir sehr gut gelungen. Und die Frage von Fabian Schwab ist eben, wie stehen die Chancen, dass eine deutsche Mannschaft die Europa League gewinnt? Es ist immer derselbe Kram. Auf dem Papier sieht es gut aus. Mit Dortmund, Leipzig und vor allem Leverkusen, also gut, Leipzig ist dieses Jahr sehr schwach. Aber mit Dortmund und Leverkusen sind eigentlich zwei Mannschaften dabei, denen man das auf jeden Fall zutrauen müsste. Man guckt auf die restlichen Mannschaften und sieht auch da, da sind natürlich noch potente Gegner im Rennen. Potenziell Barcelona oder Neapel, einer von beiden fliegt natürlich raus. Aber eben auch noch andere stabile Mannschaften, die man jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Aber ich finde schon, dass gerade Dortmund und Leverkusen eigentlich für mich zwingend zum Favoritenkreis zählen müssen für die Europa League. Aber wir haben das schon so oft gesagt, wir haben schon so oft drauf geschaut und gedacht, ach Mensch, jetzt könnte ja mal zumindest in der Europa League irgendwas gehen. Und dann werden sie im Endeffekt im Viertelfinale oder spätestens im Halbfinale von irgendeiner spanischen oder iberischen Mannschaft gekickt. Und dann war es das Finale mal wieder ohne deutsche Beteiligung. Aber komm, ich lehne dich mal aus dem Fenster und sage zumindest, ein deutsches Team, eines von diesen vier Teams erreicht dieses Jahr das Finale der Europa League. Vorletzte Frage, dazwischen kommt nochmal eine, obwohl, drittletzte Frage, ich mache es nicht zu kompliziert. Drittletzte Frage von Wölfi und sie ist extrem lang, also eine richtige Herausforderung hier im Vorlesewettbewerb. Was hältst du davon, den Afrika Cup im Januar stattfinden zu lassen und dabei den Spielbetrieb in Europas Ligen nicht zu unterbrechen? Der Zeitraum ist aufgrund der klimatischen Bedingungen ja durchaus verständlich, wie bei der WM. Aber trotzdem fehlen einigen Topklubs, wie Liverpool zum Beispiel, in einer wichtigen Phase der Saison Schlüsselspieler. Sollte mehr Rücksicht auf den Afrika Cup genommen werden? Sollte der Afrika Cup mehr Rücksicht auf den Klubfußball nehmen? Oder ist der am Ende doch, wie Klopp ja ironisch meinte, ein kleiner Wettbewerb, also da ist Klopp glaube ich falsch verstanden worden, hat das auch richtig gestellt, auf den nicht so viel Rücksicht genommen werden muss? Also eine Sache kann ich gleich vorweg sagen, der Afrika Cup muss definitiv nicht mehr Rücksicht auf den Klubfußball nehmen. Das ist eine Perspektive, die für mich total schwachsinnig, überhaupt keinen Sinn macht. Es ist für mich vollkommen legitim, dass der Afrika Cup stattfindet, dass er nach seinem eigenen Kalender stattfindet, wie er vom afrikanischen Fußballverband festgelegt wird. Und so ist es eben und es ist für mich auch selbstverständlich, dass Spieler, die eben für Nationen spielen, die qualifiziert sind für den Afrika Cup, für diesen Wettbewerb abgestellt werden. Das kann dann eben blöd sein für Liverpool und andere Klubs und ich kann verstehen, dass man sich ärgert, dass der im Januar stattfindet und sich mit dem Spielbetrieb überwirft. Aber es kann nicht sein, dass man das Selbstverständnis aufbringt, dass egal was ist, im Zweifelsfall muss sich alles dem europäischen Spitzenfußball und dessen Kalender unterordnen. Das macht für mich keinen Sinn, das ist für mich nicht angebracht und ich finde, der Afrika Cup ist ein spannendes Turnier. Da sind viele, viele spannende Mannschaften dabei, die auch in einigen Fällen durchsetzt sind mit wirklich guten Spielern. Ganz ehrlich, wenn Algerien bei der EM mitspielen würde, würden die auch da in meinen Augen absolut eine gute Rolle spielen und sie sind da definitiv nicht die einzige Nation, die das könnte. Deswegen, ich kann den Unmut verstehen von den Klubs, aber der Afrika Cup ist der Afrika Cup, genauso wie die EM die EM ist. Das hat man zu respektieren und auch zu akzeptieren und der Afrika Cup muss definitiv keine Rücksicht nehmen auf den Spielkalender in den europäischen Top-Ligen. Das ist zumindest meine Meinung zu dem Thema. Jetzt die vorletzte Frage. Kakashi Hatake. Wer wird die Überraschung in diesem Jahr? Verein, Trainer, Spieler, Talent? Einer von den Namen, die ich hier genannt habe oder hat nichts mit der Bundesliga zu tun. So rum, das ist der Verein und zwar ist das der FC Sevilla, der jetzt gerade glaube ich 1-0 gegen Cadiz gewonnen hat. Real Madrid hat gegen Getafe 1-0 verloren. Sevilla hat noch ein Nachholspiel und wenn sie das gewinnen, sind sie bis auf zwei Punkte an Real Madrid dran. Und ich setze mich jetzt hier hin und sage folgendes, der FC Sevilla wird in dieser Saison spanischer Meister und wird damit eine der größten Überraschungen. Trainer Niko Kovac. Ob das eine Überraschung wird im Sinne von Erfolg, weiß ich nicht. Aber es wird die Überraschung insofern, dass ich mal folgende These aufstelle. Niko Kovac wird noch in dieser Saison auf eine Trainerbank in der Bundesliga zurückkehren. Der ist ja jetzt bei Monaco entlassen worden. Und meine These ist, es gibt da einen Verein, der hat ein W im Namen und hat sehr sehr oft verloren und könnte das auch noch ein paar mal öfter tun. Und dürfte dann nochmal die Reißleine ziehen wollen und dann wird Niko Kovac bei diesem Verein das Traineramt übernehmen. Und wenn er das nicht tut, wird er im Sommer eben härter Trainer. Spieler Mark Rocker. Stark verbesserte Formkurve in den letzten Wochen gehabt. Und in dem einen Spiel, wo er in der Startelf stand, was ich auch gesehen habe, mir fällt der Gegner jetzt nicht mehr ein. Wirklich, wirklich stark gespielt und souveränen Auftritt gehabt. Ich glaube, Mark Rocker könnte in der Rückrunde noch echt für das, was man ihm nicht zugetraut hätte, im Kontrast dazu, echt noch eine vernünftige Rolle bei den Bayern spielen. Und abschließend das Talent. Kevin Schade. Nicht nur die Rückrunde. Ich glaube, das Jahr 2021 wird für Kevin Schade, also vom FC Freiburg, ein richtiges Breakout-Jahr. Der Kerl hat super gute Anlagen, super spannender Spieler. Und ich behaupte noch Folgendes. Wenn wir uns in einem Jahr widersprechen, liegt der Marktwert von Kevin Schade bei 20 Millionen Euro plus. Frohes neues Jahr, schreibt Kakashi Attacke noch, wünsche ich dir auch. Und abschließend, wo wir schon beim Thema sind, von Yannick Schmitz, die finale Frage. Frohes neues Niklas, Off-Topic. Was sind deine Neujahrsvorsätze? Ich habe drei ganz konkrete. Fallen mir alle drei wieder ein, ich hoffe es. Mehr lesen wieder, deutlich mehr lesen. Das bedeutet für mich konkret, ich möchte wieder in meinen Rhythmus kommen, dass ich täglich 20 Seiten lese. Das ist absolut machbar. Ich bin einfach nur zu faul gewesen in den letzten Wochen von 2021. Das wieder hinkriegen und gleichzeitig habe ich mir vorgenommen 2022 zum Jahr der russischen Literatur zu machen und ein paar russische Klassiker zu lesen. Das ist Vorsatz Nummer eins. Vorsatz Nummer eins, deutlich weniger Screentime. Ich bin in den letzten Monaten echt in so einen Rhythmus geraten oder in so einen Vibe geraten, wo ich immer abends noch beim ins Bett gehen noch eine Serie geschaut habe, noch Podcast gehört habe. Und ich würde gerne einfach wieder wie ein normaler Mensch im 16. Jahrhundert einfach ins Bett gehen, ohne Entertainment dabei und einfach schlafen. Das ist der zweite Vorsatz. Und der dritte Vorsatz ist Cutten. Also ich bin jetzt nicht so schwer und bulky, dass man jetzt sagen würde, was, du musst Cutten unbedingt. Aber ich habe eigentlich vor, im Sommer habe ich meinem Vater versprochen, dass wir den Mont Ventoux hochfahren. Und dafür bin ich mit meinen aktuell 83 Kilo definitiv noch zu schwer. Deswegen würde ich gerne Cutten so auf 78, 79 Kilo. Zumindest bis zum Sommer und danach kann ich auch wieder zunehmen und dann den Mont Ventoux hochfahren. Ja, das sind meine Vorsätze. Wenn ihr gute Vorsätze habt, haupt sie gerne mal in die Kommentare unten drunter rein. Ich bin durch für heute. Das Q&A ist fertig. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns diese Woche nochmal wieder und zwar in Sektion Radioverbot. Wenn ihr nasse Socken habt, besorgt euch zwei Fanschalls. Ansonsten macht's gut. Auf Wiedersehen.